Servus Leute, Chris ist am Start und herzlich willkommen zurück bei einem weiteren Video hier auf meinem Kanal zu einem weiteren Sprint to Glory Showdown. Und was die Saisons angeht, ist das heute neuer Rekord, denn wir gehen rein in eine Handvoll 5 Saisons STG Showdown und mit dabei ist natürlich der Dennis. Servus YouTuber von mir, herzlich willkommen. Letztes Video, muss man auch mal an der Stelle erwähnen, in 2023, an der Stelle auch von uns beiden. Ich nehme da Chris mal mit rein, einen guten Rutsch ins neue Jahr, rutscht nicht zu weit. Ich kann aber erwähnen, trinke trotzdem für mich einen mit und in dem Sinne, was machen wir heute genau? Also 5 Saisons, mit wem, was, wo genau? Wir sind in der dritten Liga, bei mir auf dem Kanal übernehmen wir den TSV 1860 München. Und auf meinem Kanal das Ganze mit Arminia Bielefeld, zwei Jahre in Folge abgestiegen und jetzt also dann aus der dritten Liga, hoffentlich ganz nach oben wieder. Was Dennis zuvor schon mal angesprochen hat, übernehme ich natürlich auch hier von mir einen guten Rutsch, rutscht nicht zu weit, rutscht aber trotzdem auch gerne in 2024 immer wieder regelmäßig auf unsere Kanäle, denn es wird auf jeden Fall einiges anstehen, es kommt ein unfassbar krankes Video, recht früh, vermutlich im neuen Jahr. Jetzt aber erstmal zum Abschluss hier, das sind 5 Saisons STG Showdown, ihr seht das Regelwerk jetzt nochmal im Hintergrund eingeblendet. Das Video von Dennis findet ihr in dem Link auch ganz oben in der Videobeschreibung, kommt natürlich zeitgleich online, wenn es euch gefällt. Und ihr wollt sowas öfter sehen, gerne auch mal mit mehr Saisons und vor allem regelmäßiger. Lasst einen dicken Daumen nach oben da, vielleicht knacken wir ja 2, sogar 3000 Likes. Lasst liebe da einen Kommentar für den Algorithmus oder auch ein kostenloses Abo. Für euch ein kleiner Klick, für uns ein riesengroßes Support. Und dann war es das perfekte Intro und wir starten rein in die erste von mal mindestens 5 Transferphasen. Hier sind wir dann also angekommen, der Timer startet in 3, 2, 1, let's go, 20 Minuten, ich habe einfach Markus Bistol als Trainer ausgewählt. Naja, das tut ja nichts zur Sache, das ist unsere Mannschaft im 4-5-1-Offensiv, allerdings eigentlich mit einem 8er, Rieder aber zurückgezogen auf die 6. Die Mannschaft ist okay, ist naja, also ich weiß jetzt nicht, ob wir ein Aufstiegskandidat sind, Favorit wahrscheinlich schon gar nicht. Das Geld hält sich auch in Grenzen, es sind gesamt 2,8 Millionen. Ich habe auslaufende Spielerverträge verlängert, ich habe Spieler auf die Transferliste gesetzt und mache das Übliche. Ja, die Spieler, die einfach so maximal das 60er Gesamtrating haben, werden geblockt. Die bleiben bei uns als Ersatzspieler, sodass die so wenig wie nur möglich Konkurrenz für unsere Neuzugänge in der Startelf bieten. Und alle anderen könnten gefühlt verkauft werden, denn es soll ein bisschen was passieren. Es wird aber wahrscheinlich, was das Gesamtrating angeht, vergleichsweise zu dieser Mannschaft und zu der nach der Transferphase, eher eine Verschlechterung. Dafür aber, was das Potenzial angeht, einen deutlichen Push in die Zukunft. Okay Leute, starten wir mit 1860 und der Zeit rein in 3, 2, 1, let's go. Und dann schauen wir mal, was wir in 20 Minuten machen können, ob wir die ganzen 20 Minuten überhaupt brauchen, denn wir haben ein Budget von 3 Millionen Euro. Nicht wirklich viel, dementsprechend landen aber auch unfassbar viele Namen auf der Transferliste. Vor allen Dingen Spieler, die irgendwie über 25 Jahre alt sind und eben gerade kein Potenzial mehr wirklich nach oben haben. Dazu zählen noch einige Stammspieler. Also falls wir viele von denen verkauft bekommen, dann könnte doch ein bisschen was gehen. Betonung liegt aber auf, wenn wir viele von denen für auch ein bisschen was an ordentlich Geld verkaufen. Ein lupenreiner Hattrick auf dem Transfermarkt. Paris Brunner wechselt also von Borussia Dortmund für 1,3 Millionen zu uns. Und so viel schon mal vorweg, alle drei, also auch die zwei weiteren, ja, kosten nur 1,3 Millionen. Das sind alles am Schnäppchen. Ich hoffe, wir dürfen logischerweise die Spieler behalten. Markus Giestul begrüßt also Paris Brunner, ist unser neuer Stürmer. Der Vater unseres nächsten Neuzugangs, Ruben van Bommel, der kennt München. Nicht den TSV, aber den FC Bayern München. Und jetzt kommt sein Sohn also hier nicht an die Säbener Straße, sondern zu uns. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie genau die Straße heißt bei 1860 München. Ist aber auch egal, Grünwalder könnte es sein. Auf jeden Fall van Bommel 1,3 Millionen, genau so. Und auch Brian Kruda schließt sich also dem TSV 1860 München. Und damit den Münchner Löwen an vom 1. FSV Mainz 05. Der Junge rastiert in der Realität unfassbar. Ich finde ihn so geil. Richtig geiler Spieler, brutales Potenzial. Und das kann und darf er hoffentlich bei uns natürlich ausschöpfen. Dadurch, dass wir auch schon bald den Drittliga-Auftakt haben, müssen wir jetzt beginnen mit Neuzugängen. Nach dem Hiller-Verkauf brauchen wir natürlich eine neue Nummer 1. Und das wird Diego Kalei, heißt er glaube ich, von Sporting Lissabon. 65er Gesamtstärke und ein 81er Potenzial immerhin. Der Stürmer Zwartz heißt er glaube ich unter 700.000 Euro obendrauf. Reichen aus für eines der besten Talente aus der Bundesliga in dieser Saison. Und zwar kommt da Brian, ich weiß nicht, ob es ansatzweise so ausgesprochen wird. Und Gruda vom 1. FSV Mainz 05. Wie gesagt, wir zahlen den einen Spieler und 700.000 Euro im Tausch. Für den Mittelstimmer auch 65er Gesamtstärke und aber ein 83er Potenzial. Ein bisschen mehr Geld als für die ersten drei wird für Nico Paz. Ich glaube, so spricht man hinaus. Oder Nico Paz jetzt hier auf jeden Fall fällig. 1,4 Millionen. Ein argentinisches Top-Talent, hat bis 66, 18 Jahre jung. Eigentlicher Achter. Ich erhoffe mir durch Positioning-Change auf die 10er-Position. So plus 1, plus 2 Wechsel von Real Madrid. Damit geht es jetzt wahrscheinlich eher in der Defensive mal weiter. Denn die Zeit, die Uhr, die tickt. Es sind noch siebeneinhalb Minuten. Und gut, so viel Geld haben wir auch gar nicht mehr. Oscar Perea soll unser neuer Flügel werden. Noch nie was von gehört. Spielt bei Atletico Nacional. Ich weiß auch nicht, in welchem Land in Südamerika das Ganze liegt. Und sein Vertrag läuft sogar aus. Im Idealfall müssen wir es jetzt aber noch schaffen. Die Flügelspieler, die wir gerade im Verein haben, loszuwerden. Das sind einmal Gutton, auf der anderen Seite Schröter. Weil wenn die noch da sind, dann wird es eben ein bisschen schwierig für den Flügel hier. Und einen weiteren, den ich auch noch holen möchte, mit der Einsatzzeit. Und genau aus diesem Grund machen wir jetzt auch erstmal weiter mit unserem neuen Linksverteidiger. Ein 17-Jähriger von Paris Saint-Germain, Serif Naga, ist sein Name. 65er-Gesamtstärke, zwar nur ein 80er-Potenzial. Aber ich hoffe, dass wir ihn trotzdessen pushen können. Luis Miley von Newcastle United soll dann unser nächster Transfer werden. Auch hier gerade mal 17 Jahre alt. Hat sich sogar schon um eine Gesamtstärke verbessert. Und hat jetzt sogar eine 65 statt einer 64. Nur ein 84er-Potenzial. Das war, glaube ich, vom Potenzial her somit der beste Spieler oder das beste Talent, was wir bisher überhaupt verpflichtet haben. Kreilinger für Dorgu und keinen einzigen Cent mit oben drauf. Ja, nicht mal eine Weiterverkaufsgebühr. Ich meine, Kreilinger ist, ja, deutlich älter. Besitzt das deutlich schwächere Potenzial. Und vom Rating her haben beide eine 65. Keine Ahnung, was sich die Italiener hier dabei denken. Aber Dorgu ist auf jeden Fall jetzt bei uns. Ist, glaube ich, Nationalität Däne, wenn mich nicht alles täuscht. Und Kahn, glaube ich, von Letcher. Ebenfalls ein Tausch-Deal. Allerdings werden noch gute 700.000 dazu. Obendrauf fällig für, in dem Fall, ich glaube, Sabbe. So müsste man den aussprechen. Ja, belgisches Top-Talent auf der Rechtsverteidiger-Position im Tausch mit Kahn-Kurt. Und halt, wie gesagt, noch 700.000 drauf. Und wir haben noch ein bisschen Geld. Wir sind noch nicht am Ende. Es sollte der vorletzte Transfer werden. Noah Mbamba kommt von Bayern 04 Leverkusen. Eigentlich ja ein guter Spieler, den man als Innenverteidiger umformen kann. Das ist nicht mein Plan. Sondern ich will ihn als richtigen Sechser spielen. Absolute Punktlandung beim allerletzten Transfer. Die Zeit ist in 1-0. Genau jetzt vorbei. Und wir haben es aber geschafft. Letzter Transfer eingetütet. Es ist Brahim Traore, den wir hier verpflichten. In der Innenverteidigung. Da haben wir diesen anderen neben Lang eingetauscht. Ich weiß nicht mehr, wie er hieß. Asamoah nicht. Aber irgendwie sowas in die Richtung. Und passenderweise der letzte Transfer. Brahim Traore. Gerade so in der Zeit. Leroy, Quackwo, Quattwo. Wie auch immer eingetauscht. Selbe Gesamtstärke haben die Beine. 64. Aber der eine hat Potenzial. Der andere nicht. Und dementsprechend sind wir also durch. Doch einiges mehr passiert, als ich erwartet hatte. Zufrieden bin ich aber nicht wirklich. Vor allen Dingen, wenn ich daran denke, was der Assistenztrainer hier wieder anstellen wird. Und wen der alles spielen lassen wird. Und wen halt nicht. Silvano Vos kommt jetzt hier auch noch von Ajax. Julian Guter und 500.000 oben drauf. Also, das ist ein Deal. Komm schon, weitermachen. Wir haben noch Geld. Ja, ich glaube, gute 1,5 Millionen. Hier startet jetzt gerade der Timer. Ihr hört es. Ja. Muss ich also stoppen. Ich wollte noch Linus Gächter. Ich wollte noch Desplanches oder Desplanches, wie auch immer, als Ersatz. Jetzt heißt es also, gut, hat nicht funktioniert. Aber trotzdem sind es insgesamt sieben Neuzugänge. Allesamt für die Startelf. Und für die Besten müssen wir uns jetzt noch jeweils Fünferauswahlen überlegen. Die erste Sommertransferphase liegt hinter uns und es war wirklich ein brutales Stück Arbeit. Hat aber trotzdem bei mir schon mal vorweg gereicht für sieben Neuzugänge. Ja, ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, Dennis. Ich habe gerade nachgezählt, es müssten auch sieben sein, wenn mein Mathe mich nicht verlassen hat. Okay, dann gehen wir dahingehend zumindest mal im Gleichschritt. Ich hoffe, es bleibt so. Kreilinger Gleichschritt. Im Kreilinger Gleichschritt. Gott, das ist schon wieder so ein Zungendingster, Zungenbrecher. Ihr wisst, was ich meine. Ja, sieben bei dir, sieben bei mir. Ich hoffe, wir dürfen alle behalten. Wäre einfach für den Showdown richtig cool. Dennis, du bist der Gast. Deine erste Fünferauswahl. Let's go. Ah, mein Gott, ich habe gar keinen Bock. Okay, gut, wir kommen zum Keeper. Fünferauswahl ist am Start. Ich mache es einfach mal kurz und schmerzlos. Wir sagen die Ratings dazu, weil wir natürlich auch jeden Spieler nicht unbedingt kennen. Wir sind Karrieremodus-Bücher, aber manchmal fehlt auch die eine oder andere Seite sozusagen. Wir haben André Gomez von Benfica Lissabon mit einer 63er-Gesamtstärke. Wir haben Bobek aus Frankreich, glaube ich. Ich habe keine Ahnung, was das für ein Verein ist, Digga. Auf jeden Fall 65er-Gesamtstärke. Da sagt ihr ja auch was. Wir haben Diego Carlay von Sporting Lissabon, ebenfalls mit einer 65er-Gesamtstärke. Wir haben Owuso Odoro von Alkmaar mit einer 63er-Gesamtstärke. Und zu guter Letzt Marquinez, ich weiß nicht, ob der so ausgesprungen wird, von Atletico Nacional, ebenfalls 65. Bei ihm aber das schwächste Potenzial. Er hat 80 als Potenzial und der Rest hat 81. Okay, ja, also ihr werdet vielleicht wissen, warum ich diese Auswahl treffe, vielleicht aber auch nicht. Ich würde mit Bobek gehen, weil du meintest ja noch, den kenne ich vielleicht und ja, den kenne ich. Und ja, ich würde den einfach einloggen. Gut, dann war mein Gedanke richtig, denn ich wollte entweder Bobek oder Diego Carlay holen. Und ich dachte mir, du wirst Bobek nehmen auf Basis dessen, dass mein Video, was wir zuerst aufgenommen haben, sehr erfolgreich bei dir war. Ich glaube, sogar von Anfang bis Ende sogar am Start war. Ja, müsste sein. Ja, deswegen habe ich mich gegen Bobek entschieden und eben Diego Carlay von Sporting geholt. Okay, also ich kann schon mal vorwegnehmen, bei mir ist immer noch Hiller Killer im Tor. Ja, also der ist auf jeden Fall immer noch am Start. Ja, dementsprechend habe ich da nicht ganz so viele Kopfschmerzen, aber auf allen anderen Positionen gefühlt schon. Es geht um einen neuen Zehner, neuer Spielmacher. Ja, wir haben da einmal zur Auswahl Lamin Camara. Dann haben wir hier Jer Ndour und wir haben Mohamed El Arrouch. Beide, nee, alle drei sogar, haben eine 68 an Gesamtrating. Volpato, Italiener, sagt ihr vielleicht was, hat eine 67. Und ich habe noch von Real Madrid Nico Pass, das ist so ein Argentinier. Und normalerweise müsste der mit dem Positioning Change auf die Zehner-Position auch noch plus 1 oder plus 2 hochgehen. Ich bin irgendwie bei Ndour oder halt Volpato, weil du bist ja auch so ein kleiner Serie A-Fanboy. Deswegen gehe ich mal auf den Italiener, der aber nicht in Italien spielt. Ich gehe auf Ndour. Ach Gott, der ist auch Italiener. Ich dachte gerade schon, ne. Tatsächlich ist es bei mir Nico Pass geworden. Den habe ich so zuvor noch nie gesehen. Darf den also behalten. Und damit gehen wir zumindest auch noch hier weiter im Gleichschritt. Bleibt es auch so? Zweite Fünfer außer von dir. Es geht um einen neuen Stürmer, Slash Mittelstürmer. Mit dem können wir auch beginnen. Es ist nämlich Gruda von Mainz 05. Ebenfalls von Mainz haben wir auch Viper. Übrigens Gruda mit einer 65. Wir haben Viper mit einer 66. Dann haben wir Paris Brunner. Ebenfalls natürlich mit einer 65er-Gesamtstärke von BVB. Obando von Barcelona. Aber nicht dem Barcelona, sondern irgendeinem in Südamerika mit einer 65er-Gesamtstärke. Und neu im Spiel von Royal Antwerp. Jean-Ylen Kenya, wie auch immer der ausgesprochen wird, mit einer 66er-Gesamtstärke. 16 Jahre alt. Crazy. Der Franzose, glaube ich. Genau, richtig. Den hatte ich ja bei einer 16-jährigen STG. Aber den würde ich irgendwie ausschließen. Also ich habe tatsächlich bei der gestrigen oder vorgestern haben wir aufgenommen, also bei der letzten Aufnahme. Das hier ist übrigens die zweite Aufnahme von den fünf Saisons. Ist mir der von Barcelona. Also nicht dem FC Barcelona, sondern dem anderen. Ja, Barcelona FC heißt es hier. Genau, obwohl das Logo eigentlich ja ziemlich identisch aussieht. Ja, das ist eigentlich das Barcelona-Logo. Genau, nur auf frisch bestellt hat wahrscheinlich so in die Richtung. Ich würde aber mit dem gehen tatsächlich. Okay, dann darf ich tatsächlich Gruda behalten. Ich finde den auch ganz interessant. Hat, glaube ich, auch in der Realität so sein Debüt dieses Jahr gegeben bei Mainz. Oder das Jahr schon nach vorne, da bin ich mir nicht genau sicher. Und ja, Mittelstürmer auch. Der Einzige, der eine andere Position hat. Mal gucken, ob es schlecht oder gut sein wird. Ich darf den Gruda aber behalten. Und ihr könnt ja mal gerne kommentieren, warum gibt es Vereine in Südamerika, die so ähnliche Logos haben, so wie Vereine in Europa, so wie hier Barcelona SC. Haben die da irgendeinen Zusammenhang oder ist das komplett unabhängig? Kommentiert es gerne mal. Mich würde es voll interessieren. Ich glaube, es gibt ja auch irgendwo in Russland oder so, so Arsenal oder so. Ja, es gibt irgendwo Arsenal. Ich glaube, Liverpool habe ich auch schon mal irgendwo. Ja, also Liverpool ist, glaube ich, Uruguay. Da spielt nämlich der eine Diaz, den wir so oft geholt haben irgendwie. Das würde mich mal interessieren. Hängen die da voll miteinander zusammen? Dürfen die das auf der Basis? Ist das so ein bisschen so abgeändert und dürfen das? Kommentiert das auf jeden Fall mal gerne. Ja, ohne Spaß. Richtig interessant. Also, gute Anhaltspunkte von dir. Deine zweite Auswahl ist auch richtig interessant, mein Freund. Ja, ich habe einen neuen Abräumer. Also, wir gehen ein bisschen zurück vom typischen Szener auf einen typischen Sexler. Wirklich alle ZDM. Jetzt muss ich nur aufpassen, dass ich mich hier nicht verspreche. Tim E. Rockbanem von Aston Villa, 67er Gesamtrating. Gesundheit. Dankeschön. Dann geht es weiter mit Adam Wharton von Blackburn Rovers, 70er Gesamtrating. Wir haben Silvano Voss von Ajax, ja, Niederländer. Den hatten wir, glaube ich, auch schon mal in Auswahlen mit dabei. Dario Esugo, ein Portugieses, Sporting Lissabon. Und der hat auch eine 69. Ich vergesse immer die Ratings dabei. Und Tanner Tasman von Venedig, US-Amerikaner, 70er Gesamtrating. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass du diese 70er-Spieler geholt hast. Oder so nah an der 70. Deswegen gehe ich einfach mit dem Voss. Ja, perfekt. Dann habe ich den ersten Sniper mir kassiert. Oh, let's go. Ja, ich konnte mich aber auch nicht vorstellen. Die haben halt alle so 69, 70. Wir haben ja auch nicht so viel Geld. Klar, Verkäufe. Aber ich weiß ja auch, ich habe auch viel verkauft, wie viel Geld man da hat. Und wenn man sieben Transfers hat, da sind wir, glaube ich, zu doll im Gleichschritt, als dass ich da auf jeden anderen gegangen bin. Tatsächlich ist es so, dass Voss den zweithöchsten Marktwert hatte von allen fünf. Ah, okay, krass. Ja, aber ich habe da einen coolen Tauschtier gemacht. Und der ist mir dann noch irgendwie in den letzten zwei, drei Minuten, war ich dann noch am Start. Ich habe mich gerade auch ein bisschen verplappert, so mit... Ja, genau, genau. Das wollte ich nämlich auch sagen. Das war der Einzige, bei dem du so ein bisschen so... Ja, es ist mir dann danach schon. Aber ich konnte mich ja nicht aufregen in dem Moment. Ja, ja, klar. Weil das wäre ja noch viel offensichtlicher gewesen. Aber egal, komm, mach du weiter, schließ die Transferphase für dich zumindest mal ab. Richtig, ich komme zu meinem Abräumer, meiner sechster Position. Und da haben wir ebenfalls Silvano Voss von Ajax zur Auswahl mit einer 66er-Gesamtstärke. Wir haben Maino von Manchester United mit einer 65. Wir haben, ja, jetzt wird es willst, Digga. Guy Lajel, Bruder Mukao von Mechelen aus der belgischen Liga mit einer 64er-Gesamtstärke. Dann haben wir Ayub Aydin von Galatasaray mit einer 65er-Gesamtstärke, aber nur einem 80er-Potenzial. Und Noah Mbamba von Leverkusen, 64. Würde ja, denke ich mal, was sagen. Ja, irgendwie glaube ich, bei sieben Transfers ist 64 vielleicht nicht unbedingt eines von den drei besten Ratings. Deshalb würde ich die 64er ausschließen. Okay. Vielleicht freust du dich jetzt auch schon. Ich habe schon mit dem Kopf geschüttelt bei Voss. Ich habe mit dem Kopf geschüttelt bei, wer war der Zweite nochmal bei dir? Äh, Maino. Ja, genau. Wegen Gehalt eventuell. Und deshalb würde ich mit dem Ayub Aydin gehen. Ey, Ayub Aydin. Ja, würde ich jetzt mal einloggen. Bayern-Talent, FC Bayern. Jetzt bei 68. Ah, okay, der ist... Na, okay. Ja, gut. Dann, ähm, ja, würde ich den mal einloggen. Okay. Dann darf ich tatsächlich Kollege Mbamba behalten. Zwar nur eine 64er-Gesamtstärke, aber ich gehe da voll aufs Potenzial. Tarnat hat, glaube ich, auch eine 64. Den werde ich gleich noch raushauen. Und dann wird der Bruder hoffentlich spielen. Ich gehe eh davon aus, dass wir im ersten Jahr den Aufstieg noch nicht packen werden. Vielleicht hast du jetzt aber eine Mannschaft, die es schaffen wird. Ich kann ja mal daneben auflösen. In der Innenverteidigung habe ich Brahim Trore mit einer 64. Louis Miley ist dann ein ZM von mir mit einer 65er-Gesamtstärke. Naga kam als Linksverteidiger von Paris. Oskar Perea ist eigentlich mein linker Mittelfeldspieler. Dadurch, dass ich die Flügel aber nicht verkauft bekommen habe, wird er der neue Zehner sein. Bruder hatten wir ja und Kalai ebenfalls. Okay, bei dir war vorhin nochmal das Thema Tarnat, dass der abgestoßen wird. Das habe ich bei mir absichtlich noch nicht gemacht, weil, ja gut, ich habe ein bisschen Schiss wegen Foss. Aber der kommt dann auf jeden Fall rein. Frei, der ist noch vom Anfangskader da, spielt zusammen mit ihm auf der Doppelsex. Genau, bevor ich aber auflöse, ich habe noch einen neuen Flügelspieler verpflichtet. Genau, letzte Position. Ich würde tatsächlich sagen, wenn ich den behalten darf, dann bin ich da zumindest schon mal ganz gut aufgestellt. Das schwächste Rating ist eine 67. Das hat einmal der Sohn von Marc van Dommel. Van Dommel? Ja, moin. Marc van Dommel natürlich. Und dann haben wir Samuel Eidosi. Eidosi, ich weiß nicht, wie man den ausspricht. Ehemals City, jetzt bei Southampton. Dann haben wir 67 auch bei Ernest Poku. Kennst du natürlich auch. Wir haben dann noch Adrian Mazzillou, das ist der Rumäne. Der hat eine 68 und eine 68 hat. Auch Brian Aguirre, Argentinier von Nerwells Old Boys mit einer 68. Ähm... Boah, war nochmal die Nummer 3? Nummer 3 müsste Poku gewesen sein. Ja, Poku wollte ich nämlich auch am Anfang der Transferphase holen, bis ich das ganze Flügelding dann halt sein gelassen habe, weil halt meine Flügel sich nicht verkauft lassen haben, wie man es auch immer sagen möchte. Ähm... Ja, und auf der Basis würde ich Poku nehmen. Achso, das ist der... Achso, gut. Ja, dann perfekt. Dann darf ich Marc van Dommels Sohn behalten. Okay. Und löst drumherum dann mal auf, weil es vom Rating nicht ganz gepasst hat. Paris Brunner ist tatsächlich mein Stürmer. Ah, okay. Auf dem Flügel habe ich wie du auch Brian Kruder. Der ist aber halt auf dem Flügel mit einer 66 gegenüber van Dommel noch ein bisschen schwächer. Deshalb kam er nicht zur Auswahl. Wir haben wie gesagt Nico Pass, das war der schon aufgelöst. Dann habe ich Dorku als Linksverteidiger. Ich habe Sabbe als Rechtsverteidiger. Und Voss ja jetzt leider nicht mehr. Ja, das waren dann meine Transfers. Also somit kommt Tarnat auf jeden Fall neu in die Startelf. Aber gut, dass ich den noch nicht abgestoßen hatte. Trotzdem, ey, ich bin zufrieden. Coole erste Transferphase für das, dass man eigentlich unterm Strich so wenig Möglichkeiten hatte finanzieller Sicht. Würde ich sagen, starten wir doch rein, oder? Ja, definitiv. Sprechen wir ans Ende der ersten Saison. Ab geht's. Gut zu knapp. Wir sind am Ende der Saison angekommen und jetzt zählen wir unsere Punkte. Und wir sehen zumindest bei mir vorweg, ich bin nicht aufgestiegen. Aber ganz knapp dran gescheitert. Wobei, Punkte, sieben Zähler, Rückstand. Aber es ist halt Platz vier. Ja, und deshalb knapp ein Punkt hinter Platz drei. Dennis, wie sieht's bei dir aus? Wie viele Punkte hast du auf Konto? 65. Okay, einer mehr als bei mir. Ich hab aber auch nur drei Punkte Abstand auf die Relegation, muss man erwähnen. Das ist Saarbrücken hier in dem Fall. Ich bin Fünfter geworden. Drei Punkte auch hinter Sandhausen, die auf Platz vier sind. Aufsteigen tun Dresden und Halle. Ja, in dem Sinne. So viel dazu. Okay, heißt aber trotzdem auch Vierter, ne? Genau, 16 Punkte. Fünfter. Ah, Fünfter. Genau, das sind Hausen Vierter, Saarbrücken Dritter. Ah, okay, alles klar. Heißt, 15 Punkte für dich, 16 für mich. Pokal haben wir nicht. Doch, ich war tatsächlich im Pokal. Echt? Wieso bin ich aber nicht im Pokal? Das macht gar keinen Sinn. Das weiß ich auch nicht, aber ich hab gegen Düsseldorf direkt verloren. Frech, Digga. Ja, Karma kassiert, Digga. Hoffe ich doch. Ja, Karma. Aber es hätte ja auch so keine Punkte gegeben, selbst wenn ich den jetzt gewonnen hätte. Alles gut, okay. Ein Trainer des Monatspreises. Ja, das ziehe ich mit, habe ich auch. Okay, finde ich gut. Und Statistiken, schauen wir mal rein. Ich bin gespannt. Teamzentrale, Statistik. Ja, immerhin, Digga. Neun Spiele zu null. Okay, ich hab zehn mit Killer, mit Killer, mit Killer, natürlich. Irgendwie mit Killer einfach. Und die meisten Vorlagen, gut, Gruda hat fünf. Okay, Gruda? Ja. Hast du auch Gruda? Ja, hab ich ja vorher gesagt, wie bei dir auch, Gruda. Achso, Digga. Ich hab's gar nicht irgendwie auf dem Schirm gehabt. Ich hab neun von Perea. Wow, stark. Der Gruda hat bei mir aber die meisten Tore mit 16. Oh, jawoll. Van Bombe 17. Ja, mein Gott, Alter. Was hat der Marc seinem Sohn nur gegeben? Das fragen sich alle hier. Ja, der Marc, der hat auf jeden Fall ihr gut Mut zugesprochen, würde ich behaupten. Der hat seinem Sohn einfach ein paar Medizinmittel gegeben, Junge. Lauf, mein Junge, lauf. Und wir laufen jetzt auch. Auf Maka. Auf Maka eingerein. Jawoll. Er steht übrigens 19, 17. Und jetzt auf geht's, ab geht's. Achso, dann lass mich auch nochmal ganz kurz schauen hier. Was ist die Verträge? Männer, ihr wollt kleine Verlängerungen. Ja, dann verpisst ihr euch. Aber der Hiller, was ist mit dir? Ist er gestiegen? 72 hat er. Plus 4, oha. Hä, was? Ein Junge, plus 4. Oder hast du einen Coach eingestellt? Nee, gar keinen. Dies ist 100.000% nett. Hä? Wie geht das? Digga, geisteskrank. Hiller-Killer einfach. Ja gut, aber der ist halt auch erst 27 und hat halt immer gespielt, was? Der hat bei mir keine Konkurrenz. Oder der hat aber kein Potenzial. Macht keinen Sinn. Naja, das stimmt. Ich guck jetzt nach, Digga. Ich guck jetzt nach. Digga, er wird halt Potenzial 70. Aber okay, er hat 73 Potenzial, Digga. Aber trotzdem will das, dass er das bei dir in einer Saison schon fast erreicht. Fast erreicht, ja. Boah, weiß ich schon fast gar nicht, ob ich den extra verkaufen will. Ich würde den noch in die zweite Liga mitnehmen, ich sag dir ehrlich. Ja, ich glaub, das ist halt einfach auch... Brauch ich dir noch einen Keeper-Back-Snipe? Ja, das ist es ja. Du hast das Glück bei dir. Ich hab ihn nicht getroffen, ne? Richtig, Kalei ist am Start. Aber halt nur mit einer 68, Digga. Ja, bei den Torhütern ist auch immer so tricky. Manchmal verbessern sie sich dann mal, ne? Ja, Digga, das fand ich voll wild, Digga, im letzten Showdown. Irgendwie hat sich kein Keeper... In den letzten Showdowns, wo wir mehrere Jahre gemacht haben, Bruder, ich musste immer neue Keeper holen, weil die sich nie gut entwickelt haben, wirklich. Ja, ja, safe, bei mir ja auch so. Weißt du, du denkst, die haben ein krasses Potenzial, dann haben sie aber nach drei Saisons, oder nach vier, nach 78 oder so. Damit kann man halt nichts anschauen, wirklich. Richtig, das ist halt... Und dann aber immer die Kommentare... Ja, okay. Und hab vier Millionen, Bruder. Kuss geht raus, Alter. Kuss für nichts, Alter. Danke für nichts. Schauen wir mal, was wird. Was wird, du sagst es, mein Freund, in dem Sinne. Auf geht's, ab geht's, Bro. Bis gleich. Ja, bis gleich. Ja, bis gleich. Ein zweites Jahr startet mit dem Timer in 3, 2, 1. Ab geht's, Hiller Killer, einfach auf einer 72. Alle anderen haben sich auch recht gut verbessert. Oh, pass, da muss ich jetzt mal noch Positionswechsel durchführen. Vielleicht geht der jetzt dann auch hoffentlich noch so ein, zwei Punkte nach oben. Das wäre wünschenswert und es sind zwei. Und damit ist natürlich das große Ziel wieder mal ein Stück weit näher gekommen, denn wir wollen die 70 im Kollektiv. Ihr wisst ja, ist eines meiner Lieblingsaussage. Paris Brunner, auf den setzen wir safe auch. Frey, Tarnert, Quadwo, Lang, gut, die könnte man ersetzen. Wobei, Lang, auf den würde ich am ehesten noch setzen. Zwei neue Sechser, einen neuen Innenverteidiger mit knappen 5 Millionen. Ja, ist sportlich, aber wer weiß, vielleicht geht da ja was. Okay, Leute, die zweite Saison ist am Start. Die Zeit beginnt in 3, 2, 1. Let's go. Wir haben ein Transferbudget von 4 Millionen Euro. Das heißt, eine Million mehr als im Jahr davor. Oder 5 waren es, glaube ich. Also nicht wirklich ein krasses Upgrade in dem Sinne. Aber trotzdem, ich will lieber einen Flügespieler verkaufen. Guttau oder wie doch immer aus. Schmoren-Württ und Schröter. Vielleicht auch noch einen Innenverteidiger. Drei Spieler sind also geplant. Mal gucken, ob es auch im Endeffekt drei Spieler werden. Neuzugang vom FC Tsunos. Kevin Kevin. Ich glaube, er kommt aus Kamerun. Ja, vielleicht sogar künftiger Nationalspieler, wenn er bei uns einschlägt. Eigentlich gelernter Rechtsverteidiger. Kann aber wohl auch Innenverteidiger. Das ist nämlich meine Hoffnung hier bei ihm. 70er Gesamtrating. Es soll umtrainiert werden. Bis dahin mit Innenverteidiger. Neuzugang Nummer 1. Für Julian Guttau bekommen wir immerhin fast 3 Millionen Euro von Heidenheim. Für Schröter sind es dann 150.000 Euro weniger als die Freigabe. Summe, die liegt bei 2 Millionen. Wir kriegen 1,85. Zu guter Letzt also noch Niklas Lang, für den wir 4,5 Millionen von Frosinone Calcio bekommen. Auch sehr gutes Geld. Zuerst kümmern wir uns um den Ersatz von Niklas Lang in der Innenverteidigung. Und das wird João Moniz von Sporting Lissabon. Mal wieder ein Spieler von Sporting. Fällt mir auch mal gerade auf. 69er Gesamtstärke. Potenzial liegt bei 82. In Upgrades sogar in der Gesamtstärke und im Potenzial. Also in beiden Sachen. Eigentlich wollte ich ja noch mit Niklas Lang gehen. Allerdings war hier ein super gutes Angebot. 4 Ratingpunkte besser. Besseres Potenzial. Leopold Querfeld. Ich glaube so müsste er heißen. Nur eine Million obendrauf. Und wie gesagt eben natürlich zuvor Lang im Tausch. Das ist ein richtig guter Deal. Wenn man bedenkt, dass wir uns von einer 68 auf eine 72 verbessern. Vom Alter sind wir glaube ich komplett identisch. Und das Potenzial ist auch noch zu unseren Gunsten. Und das sogar deutlich. Bei Querfeld pro Contra natürlich im Verhältnis zu Lang. Und ein neues Talent für den Flügel soll natürlich ebenfalls kommen. Beide Verkauf guter und Schröter. Und für den linken Flügel kommt Gabriel Widowitsch von Dinamo Zagreb. Ein weiteres ehemaliges Bayern-Talent. Also wobei ich sage weiteres. Aber eigentlich habe ich nur Aydin im Kopf. Der in der Fünferauswahl mit drin war. Aber auf jeden Fall ein ehemaliges Bayern-Talent. Welches eben gewechselt ist vom FC Bayern. Wir haben es noch eine Rückkaufoption. Ob sie die ziehen? Fraglich. Und deswegen machen wir eben das Geschäft hier perfekt. Wir haben knappe 7 Millionen. Wir haben Tarnat verkauft. Haben auch noch unseren Ersatzstürmer verkauft. Und wollen jetzt neben Frey zumindest mal unbedingt noch einen neuen Sechser. Und vielleicht gehen wir all in und investieren komplett für einen neuen Sechser. Und wechseln dann im nächsten Jahr Freisposition aus. Und dann würde das schon mal richtig gut aussehen. Unser dritter und zugleich letzter Neuzugang. Dan Neal. Ursprünglich Sunderland. Mittlerweile hier Estoril Breyer. 5,1 Millionen Ablösesum mit 22 Jahre jung. 73er Gesamtrelting. Und ein 83er Potenzial. Und damit dann auch fertig. In der Realität würde es zum FC Bayern gehen. Hier in der Karriere ist Nestor Irancunda zu RB Leipzig gewechselt. Von denen wir ihn also verpflichten für 3 Millionen Euro. Rechter Mittelfeldspieler. 68er Gesamtstärke. Sollte aber auch steigen mit einem Positionswechsel auf den rechten Flügel. Da wir zwei Flügelpositionen zur Auswahl stellen werden. Und das Risiko dementsprechend doppelt so groß ist. Dass wir eben auch einen dieser Flügelspieler verlieren werden. Als Stammspieler hole ich Songkur von. Ich weiß selber um ehrlich zu sein nicht mal wo. Hacken heißt der Verein. Ihr könnt ja mal gerne kommentieren wo die spielen. Wahrscheinlich irgendwo in Skandinavien. Der Bruder ist nämlich auch Schwede. 66er Gesamtstärke. 19 Jahre jung. Und eben ein Backup für den Fall. Dass einer der Stammsflügelspieler die Snipephase nicht überleben sollte. Die zweite Sommertransferphase ist jetzt auch vorbei. 20 Minuten hat Dennis lange nicht gebraucht. Ich bin glaube ich auch gute 5 Minuten vorher fertig geworden. Bei mir sind es 3 Neuzugänge. Und bei dir Dennis? Bei mir 4. Oh okay. Ja dann warst du dafür aber recht schnell fertig tatsächlich. Aber ich habe noch einen klaren Plan reingegangen. Okay dann bin ich gespannt ob der dann auch durchgesetzt wird. Du hattest zuvor angefangen. Also dürfte ich jetzt glaube ich beginnen. Richtig mein Freund. Schieß los. Ich habe zwei neue Innenverteidiger. Die erste Fünferauswahl betrifft den eher schwächeren Innenverteidiger. Wir haben einmal hier zur Auswahl Linus Gechter. Ich glaube auch alle hiervon haben einen auslaufenden Spielvertrag. Linus Gechter hat eine 70. Ordonez, Ecuadorianer hat eine 69. Wir haben dann hier Raviltagier, Türke, hat eine 70. Es gibt dann Kevin Keben, Kamerun-Nationalität. 20 Jahre jung, 71er Gesamtrating. Und wir haben noch Konstantinos Kulierakis von PAOK, auch 71. Der türkische Bruder. Ich habe den Namen vergessen. Es ist der Raviltagier. Raviltagier. Der türkische Bruder bleibt weiter in der Super League. Denn ich bin fündig geworden bei Toulouse. Genau. Kevin Keben, der Junge aus dem Kamerun, hat mich jetzt hier auf jeden Fall verbessert auf der Innenverteidigerposition. Okay, dann mache ich es dir auch direkt mal gleich und komme bei mir zur Innenverteidigerposition. Direkt zum Start. Bisschen schwächer glaube ich. Also keiner hat eine 70, aber so 69 ist die beste Gesamtstärke. Und die haben einmal Lian King von den Rangers. Ein Comeback von Morgala ist auch nicht gerade undenkbar mit einer 69. Wir haben Jean Muniz von Sporting Lissabon mit einer 69. Wir haben dann mit einer 68 Mamadouza von Lyon und Jarek von Valencia. Boah, ich kann mit Gefühl keinem was anfangen. Ich würde Morgala, nee, das wäre so zu offensichtlich. Der erste mit King, nee, würde ich auch nicht gehen. Ich tendiere zu den letzten drei. Also Muniz, Jarek oder Mamadouza. Ja, und ich habe keine Ahnung, Bauchgefühl, Mamadouza. Oh, zum Glück, Alter. Du warst auf der richtigen Fährte. Ich habe Muniz geholt. Ja, finde ich gut, dass du da Morgala und auch King direkt ausgeschlossen hast. King hatten wir in meinem Showdown, kann ich auch schon mal erwähnen. Entwicklung war Müll. Und Morgala ist einfach zu offensichtlich gewesen, den wieder zurückzuholen. Wäre natürlich cool gewesen, aber mir das Risiko eben viel zu groß. Okay, alles klar. Dann starten wir doch bei mir jetzt rein mit dem anderen Innenverteidiger und zu der besseren Sparte. Ja, es ist eine Schublade ein bisschen höher. Wir haben einmal hier Leonidas Dergiu zurück von der Laie beim VfB Stuttgart. Hier ist dann Gallen 73er Gesamtrating, ebenfalls Laie von der Bundesliga. Ich glaube ja an Royal Antwerp in der Realität. Samuela Koulibaly von Dortmund ursprünglich. Hat auch eine 73. Wir haben dann drei Stück mit einer 72. Andrew, Omo, Bam, Midele. Dann haben wir Murillo oder Murillo, keine Ahnung, von Nottingham. Und zu guter Letzt noch, den kennst du, den haben wir schon öfter mal gehabt, Leopold Querfeld. Leopold Querfeld. Aber ich wollte von Anfang an auf Koulibaly gehen. Und er ist auch, glaube ich, so mit der Einzige, den ich richtig kenne, mal abseits von Querfeld. Den kenne ich aber auch nur aus dem Karrieremodus. Rapid Wien verfolge ich nicht, deswegen gehe ich mit Somalia oder wie der heißt, Koulibaly. Ja, okay. Also dann kommt kein neuer Kontakt für dich dazu. Ja, den kennst du zwar, aber nicht bei mir. Er bleibt also hier in dem Fall bei Brügge. Es ist, ja, der einzig Bekannte geworden, Leopold Querfeld. Ach, mein Gott, ich hasse es jedes Mal dasselbe. Egal. Okay, wir kommen zur Flügelposition Nummer 1. Die nehmen sich nicht wirklich viel, deswegen habe ich das jetzt nicht irgendwie nach besser oder schwächer in dem Sinne sortiert. Wir kommen zur Position Nummer 1, der linke Flügel. Da haben wir einmal Masilo aus Rumänien. Wir haben Poku von Alkmaar aus den Niederlanden. Wir haben ebenfalls aus den Niederlanden. Amoricho von Axel Dongen von Ajax Amsterdam. Masilo mit einer 71, Poku mit einer 70, von Axel Dongen mit einer 69, mit einer 70, dann Gabriel Vidovic und Leo Sauer dann von Feyenoord, ebenfalls Eredevise, mit einer 69. Also, Van Axel Dongen, den hatte ich mal in der SDG. Okay. Da ist der sowas von durch die Decke gegangen und dass er das hoffentlich bei dir nicht macht, auch wenn es vielleicht gar nicht erst die Möglichkeit gibt, weil er gar nicht bei dir ist, würde ich doch einfach mal hier mit Van Axel Dongen gehen. Okay, dann darf Van Axel Dongen weiter seinen schönen Namen für Ajax tragen, denn ich habe Gabriel Vidovic verpflichtet. War für mich relativ safe. Ja, genau. Letzten Showdown war er oft in der Auswahl, nie geholt. Heute auf jeden Fall mal verpflichtet. Ich glaube, sein Vertrag lief auch aus. Darauf habe ich jetzt aber eigentlich auch nicht geschielt in dem Sinne. Ich bin auch eigentlich gar nicht auf Gabriel Vidovic großartig gekommen. Das war so richtig aus dem Kopf, nicht mal durch so FIFA selber. Aber gut, dann darf ich den Bruder behalten. Alles klar. Ich hoffe, ich mache die drei voll und darf alle drei Neuzugänge von mir behalten. Es geht auf die Sechser-Position. Haben alle bis auf einer eine 73. Der mit der 72 ist Juan Sforza. Das ist der Argentinier, sagt ja mit Sicherheit auch was. Es geht dann weiter mit Daniel von ursprünglich mal Sunderland. Wir haben dann Tahirovic von Ajax. Wir haben Hackney, der hier zu Lyon gewechselt war. Aber ich glaube, in der Realität ursprünglich irgendwo in England spielt. Und wir haben noch Marco Stamenich. Das ist der, der, glaube ich, ursprünglich immer freier Spieler ist. Hier ist er mittlerweile zu Al-Ali transferiert worden. Werden wir nochmal die ersten beiden? Also Sforza müsste der erste gewesen sein. Und dann Dan Neal. Also halt Neal ist der Nachname. Ja, ich gehe einfach auf Sforza, weißt du. Der einzige ist, den ich ordentlich kenne von denen allen. Und war Neal die zweite Wahl? Nee, eigentlich war da mein Gedanke. Nicht auf Basis von irgendwie, dass ich den interessant finde. Sondern ich wollte dann den Spieler nehmen, über den du am meisten geredet hast. Aber dann dachte ich mir, nee, komm, gehe ich auf Sforza. Okay, also Neal ist es auf jeden Fall geworden. Heißt, ich darf alle drei Spiele behalten. Was aber gut ist für mich, ich hoffe auch für dich jetzt. Weil wir wollen ja ein bisschen vorankommen. Wir wollen jetzt dann endlich aufsteigen. Und das klappt natürlich nur, wenn wir den Kader verbessern. Dennis, schieß los. Also ich kann mir auf jeden Fall erstmal erwähnen an der Stelle, dass ich so oder so drei Flügelspieler verpflichtet habe. Also ich bin da schon mal so ein bisschen vorausschauend gewesen. Und habe auch schon ein Backup geholt für den Fall, dass einer meiner beiden Flügelspieler sich verabschieden sollte. Flügelspieler Nummer zwei ist auf jeden Fall entweder Durenville vom BVB mit einer 71. Wir haben Neverton von Schachter Donetsk mit einer 69. Wir haben Iran Kunda irgendwo aus Australien. Melbourne irgendwas mit einer 68er Gesamtstärke. Wir haben Jaden Adai von Alkmaar ebenfalls mit einer 69er Gesamtstärke. Und Ruben Van Bommel von Alkmaar mit einer 70. Da sind ja einige bekannte Gesichter mit dabei. Adai kenne ich, glaube ich, auch 84er Potenzial. Richtig. Van Bommel habe ich. Und der andere ist es der, der zu Bayern wechselt? Iran Kunda, ja genau. Und Durenville hat der von Dortmund, der irgendwie einen Einsatz bisher hat. Ja, aber ich glaube, dass der jetzt zu stark ist zum aktuellen Zeitpunkt. Sagt ja der Typ, der nur 73er-Spieler holt, Digga. Ja, kennt ihn. Also ich muss schon sagen, ich habe echt ein bisschen Angst vor deinen Gesamtstärken, Junge. Ich habe keinen 70er-Spieler so richtig und du nur. Ja, ich habe zwei Stück, die keine 70er haben. Ah, okay. Aber eine Auswahl vor allem halt. Ja, genau. Ein bisschen wangert. Definitiv. Also ich sage Adai oder Van Bommel. Okay. Die Alkmaar-Boys. Ja, Adai ist ein bisschen unscheinbar. Aber egal, komm, ich kann jetzt nicht so viel drödeln. Ich gehe mit Adai. Erster Gedanke, Bauchgefühl, ich gehe mit ihm. Okay, dann hat es sich vielleicht gelungen, gerade so ein bisschen das Iran-Kunda-Thema so ein bisschen, weiß ich nicht, mal abseits von zu reden, nicht weiter darauf einzugehen. Ich habe auf jeden Fall Iran-Kunda verpflichtet, von RB Leipzig. Das ist auch immer so ein Ding, Alter. Wenn der Spieler gewechselt ist, dann fällt es mir immer auch schwer, den Verein im Kopf zu haben, wo er eigentlich gespielt hat. Ja, das kenne ich selber. Das ist immer ein absoluter Struggle. Und Momodu Laminsonko, irgendwo aus Schweden, glaube ich, ist da mein Flügel-Backup, der dann halt für den Fall der Fälle hätte einspringen sollen. Okay, also sehr stark. Dann dürfen wir alle unsere Spieler behalten. Was im ersten Jahr nicht geklappt hat, soll jetzt auf jeden Fall funktionieren. Großes Ziel natürlich der Aufstieg. Und deshalb würde ich sagen, springen wir rein und sehen uns am Ende der zweiten Spielzeit. Hier sind wir mit den Blicken jeweils auf die Tabelle. Es steht 17 zu 19 noch für mich, kann sich aber ganz schnell auf jeden Fall drehen. Wir sind in der zweiten Saison und jetzt kommen dann hoffentlich so nach und nach die Punkte mit dazu. Und bei mir wäre es auf jeden Fall, was die Liga angeht, die maximalen Punkte. Denn es sind insgesamt dann 22, denn ich bin Meister geworden. Dennis, du auch? Ebenfalls Meister geworden. Wie viele Punkte auf dem Konto? Jetzt muss der direkte Schwanzvergleich her. Ich habe 88. Ich habe auch 88. Oh, stark. Wie viele Tore? 81. Ah, das ist 10 mehr als ich sogar, heftig. Und Gegentore? Habe ich 30. Okay, Digga, krass. Mann, ich habe 38 Gegentore. Sogar bei mir hat Regensburg einfach mal 29 in 38 spielen. Sehr krass. Ja, Regensburg ist bei mir wohl aufgeschiegen. Ja, genau. Das Cese nämlich hier nicht mehr. Braunschweig auf 2. Und ja, Pokal kann ich ja direkt mal weitermachen. Dieses Jahr war ich dabei, aber bin auch direkt in der ersten Runde ausgeschiegen gegen Ulm. Draufgeschissen. Und diesmal war ich nicht dabei. Also nimmt sich die ganze Sache auch nichts. Also diesmal gab es bei mir keinen Pokal. Aber geil, ey. Lieben wir doch alle. Trainer des Monatspreises. 2 an der Zahl. Okay, damit ist das für dich ein Punkt, den du aufholst. Denn ich habe nur einen, was ich absolut nicht verstehe. Ey, es ist so viele Monate passiert. Ja, Digga, mit deinen... Die Statistiken, Tore, Gegentore. Bruder, hast du ja jedes Spiel irgendwie 3-0 gewonnen, oder was? Ja, safe. Eigentlich schon. Aber naja. Schauen wir mal, wir schauen auf die Statistik, okay? Keeper ohne Gegentor ist eine Steigerung, jetzt nicht viel, aber 11 ist in Ordnung. Okay, da gehe ich mit 14 auf jeden Fall vorhanden. Ja, das war mir schon irgendwie zu erwarten. Geil auch, dass Julio Schmidt mit seiner 60 drei Einsätze hat. Künftig einfach immer nur einen Keeper haben, weil ansonsten, ja, keine Ahnung, was der Assistenz-Drainer sich denkt. Ja, ansonsten muss halt dann der Schiru oder so rein. Richtig, Vorlagen zweistellig bei mir, aber auch gerade so mit 11. Ja, okay, geht an dich, ich bin auch zweistellig, aber nur 10. Ja, okay, zum Glück. Und Tore, Gruder, mein Man, Digga, 27. Ja, okay, ich habe 11 bei Pass, ich habe 15 Nils, 17 von Bommel, 19 Gruder. Also auch Gruder bei mir der Beste, aber bei dir halt besser als bei mir. Ich rechne mal ganz kurz durch. Wir müssen also bei 39, bei 40, bei 43 Punkte bei dir sein. Und normalerweise sind es auch 43 bei mir, denn du hast die zwei Punkte wieder aufgeholt. Genau, es steht 43 zu 43 nach dem ersten Jahr. Wir sind aber noch nicht mal bei der Hälfte angekommen. Und damit heißt es, wir gehen in Saison Nummer 3. Und das erste Mal auch eine Stafel höher, bedeutet eine Liga höher. Zweite Liga, 60 ist zurück. Okay, Leute, die dritte Saison steht an. Die Zeit beginnt in 3, 2, 1. Let's go, Freunde, und dann schauen wir mal, was gehen wird. Die Mannschaft ist sehr stabil, 70er Gesamtstärke auf jeder Position, 6 Millionen Budget. Aber nur hier in der zweiten Liga, das ist halt gar nichts. Einziger Vorteil wird sein, wir haben hier mit Naga einen Spieler, den 24 Millionen Euro Marktwert hat. Ihn und auch Iran Kunda, weil der Bruder im ersten Jahr einfach gar nicht gespielt hat. Werde ich auf die Transferliste befördern. Und ansonsten schauen wir mal vielleicht auch den Backup, weil der hat mir ein bisschen zu viel gespielt. Ansonsten verkaufen wir die drei und kaufen dann neun rechten Flügelspieler. Und im Idealfall halt natürlich vielleicht noch in der Innenverteidigung was, mal abseits vom Linksverteidiger, der anstelle von Naga sowieso kommen muss. Lange hat es gebraucht, aber am Ende kriegen wir 40 Millionen für Naga von Burnley und Vincent Kompany. Es ist leider noch immer das leidige Thema. 20 Minuten laufen in 3, 2, 1, let's go. Und mit dem leidigen Thema meine ich das Thema Budget. 7 Millionen, ja gut. Das ist in Ordnung, weltbewegend ist das aber nicht. Und ich sehe es ehrlich gesagt nicht ein großartiges Risiko zu gehen und die Spieler wie Van Bommel oder Kruda für sehr viel Geld zu verkaufen, um dann die Mannschaft drumherum zu verbessern. Weil erstens sind die Spieler dann weg, man muss die ersetzen. Und drumherum, alle Neuzugänge sind ja auch nicht mal sicher. Zumindest bis zu 3 Spiele, ob die dann auch wirklich bei uns bleiben. Ich hoffe einfach, sie entwickelt sich noch. Ich habe nochmal die Entwicklungspläne angepasst. Es gab bei den meisten Spielern tatsächlich noch unfassbar bessere. Ja, die hatten sich zuletzt verbessert, waren jetzt auf dem Gefühl schlechtesten Entwicklungsplan. Hat sich jetzt nochmal angepasst. Wir wollen einen neuen Sechser. Ich würde gerne auch Hilla-Killa ersetzen. Wobei 73 ist okay, ist solide. Ja, es wird wahrscheinlich nur ein neuer Sechser werden. Weil mehr als diese 7 Millionen werden wir nicht beibekommen. Der Ersatz für Riancunda ist gefunden und es ist Ilias von Villarreal, 21 Jahre alt, 77er-Gesamtstärke-Vertrag läuft aus. Wir profitieren natürlich davon, zahlen weniger als den Marktwett. Und wenn mich nicht alles täuscht, war dieser Junge mal beim FC Barcelona. Irgendwie kommt er mir total bekannt vor. Vielleicht täusche ich mich aber und ich verwechsel ihn einfach nur mit irgendwem. Ersatz für Naga soll es natürlich ebenfalls geben und das wird der 22-jährige Ugo Bueno von den Wolves mit einer 78er-Gesamtstärke-Potenzial nach oben ist ebenfalls vorhanden. Und ja, genau das sind Spieler, die wir für die Bundesliga später brauchen. Wir haben einen Neuzugang. Es hat lange gedauert. 8,6 Millionen. Danly Jean-Jacques vom FC Metz. Ja, der hat zwar nur ein 81er-Potenzial, ist halt auch schon 25, aber ist der Einzige, der gerade so rein finanziell möglich ist. Ja, und viel mehr wird dann so nicht passieren. Der Neuzugang ist jetzt am Start. Wird jetzt dann, das seht ihr gerade im Hintergrund, auf jeden Fall bei uns natürlich an die Geschäftsstelle kommen. Wird registriert, darf mit der Mannschaft mittrainieren. Kostet halt ein bisschen was. Sag mal, das ist in Ordnung. Wir müssen uns ja auch verbessern. Und vielleicht geht er ja noch so plus zwei, plus drei binnen einer Saison nach oben. Die anderen, die zur Auswahl standen, einmal Hayden Hackney. Dann haben wir ja André Santos oder André Santos viel mehr. Dann haben wir Markus Damanich. Und wir haben Silvano Voss, der uns ja von Dennis als bis dato einziger Snipe ziemlich zu Beginn. Ich glaube sogar in der ersten Sommertransferphase weggesnipet wurde. 6,7 Millionen Brian Traoré im Tausch reichen aus, um Sebastiane Borselli von River Plate zu holen. Mit einer 75 statt der 72 von Traoré vorher. Ey, das ist Martin Dimichelis, Alter. Heftig. Also, dass er da Trainer ist, wusste ich sowieso. Aber, dass er jetzt auch hier in FIFA drin ist mit einem Gameface und so, finde ich auf jeden Fall cool. Weil Dimichelis selber in einem Gameface in einem FIFA-Teil gesehen habe ich so noch nie. Und ja, das Ganze haben wir jetzt hier in dem Fall auch abgehakt. Und damit können wir den Transfer von Borselli also fix machen. Und haben damit also auch einen neuen Innenverteidiger hier am Start. Genauso tausche ich aber auch Munis ein gegen Logan Costa für mehr Gesamtstärke. Auch wenn es nur zwei sind, in Anführungszeichen. Den Transfer auch unter Dach und Fach gebracht. Fehlt uns jetzt also eigentlich nur noch ein neuer Keeper. Zu guter Letzt, wie angekündigt, der neue Keeper. Relativ lange gesucht. Am Ende wird es Mats Hermansen von Leicester City. Wir tauschen unsere bisherige Nummer 1 Kalei ein. Zahlen nochmal Geld obendrauf. Ihr kennt es, Leute. Ich scheue kein Risiko. Und in dem Fall hoffe ich einfach, dass Hermansen die Snipe-Phase überlebt. Und wir vielleicht eine Mannschaft jetzt geformt haben und kreiert haben, die den Aufstieg in die Bundesliga direkt nach dem Aufstieg in die zweite Liga packt. So Leute, bei der Hälfte des Videos angekommen. Die dritte Snipe-Phase mittlerweile. Ich kann ja mal direkt anfangen, denn ich habe ein bisschen länger gebraucht. Hängt damit zusammen, dass es bei mir fünf Transfers insgesamt geworden sind. Ja, ich habe einen Spieler verkauft. Ich habe Iran-Kunda, also zwei Spieler verkauft. Den Linksverteidiger und Iran-Kunda plus mein Backup, weil ich keinen Backup mehr haben wollte. Und ja, dadurch hatte ich Geld für fünf Spieler. Und bei dir sind es wie viele? Einer. Ein einziger. Okay, perfekt. Du hattest eine Million mehr als ich. Und wolltest halt, glaube ich, einfach keinen Spieler verkaufen, gehe ich mal von aus, oder? Ja, ich habe das auch kommentiert, weil es mir einfach so ein bisschen zu riskant war. Und es ist ja schon auch immer cool, wenn man die Spieler von ziemlich früh bis zum Ende mitziehen kann. Genau, verständlich. Aber ich bin ins Risiko gegangen, mein Freund. Und komme auch zu meiner ersten und letzten Fünfer-Auswahl in dem Fall schon. Ich kann aber mal kurz erwähnen, wen ich in dem Fall schützen kann oder safe oder halt nicht zur Auswahl stellen muss. Wie auch immer, neuer rechter Flügel ist Ilias von Villarreal. Ich weiß nicht, war da mal bei Barca? Irgendwie sagt mir das was. Aber keine Ahnung. Ja, müsste der sein. Genau, ist der auch. Okay, gut. Dann habe ich das so richtig erwähnt. Hugo Bueno. Hugo Bueno ist mein neuer Linksverteidiger von den Wolves. Busselli von River Plate mein Innenverteidiger. Und ebenfalls für die Innenverteidigung Logan Costa von Toulouse. Okay, sehr, sehr stark. Dann bin ich mal gespannt, was jetzt für ein Kaliber in deine Auswahl kommt. Genau. Torhüter-Position. Allesamt von 77. Ja, ich habe auch kein Backup mehr. Also es wird sehr wild werden, wenn der hier gesnipet wird. Von 77 bis 79 gehen die Gesamtstärken. Wir haben einmal aus Portugal Andrew von, ich weiß gar nicht mehr, wo er spielt. Beziehungsweise hier in der Karriere kann ich auch sagen, ist er bei Wolfsburg am Start. Mit einer 79er Gesamtstärke. Dann haben wir Luis Junior aus Portugal. Wir haben mittlerweile von seiner Laie zurückgekehrt. Ilja Caprile bei Napoli. Da läuft der Vertrag sogar aus. Wir haben Mats Hermansen von Leicester City mit einer 78er Gesamtstärke. Und Moises Ramirez ist deine letzte mit einer 79. Also es würde mir schon auch wehtun. Ehrlich, wenn ich dir jetzt den Torhüter da wechseln müsste. Ich würde mit der goldenen Mitte gehen. Caprile, wenn man den so ausspricht. Ilja Caprile. Ja, mit dem auslaufenden Vertrag. Komm, ich nehme den. Also anhand deiner, ich würde sagen, deiner Stimmlage ist das nicht geworden. Ja, vielleicht. Also weil sonst hätte ich gedacht, da wäre vielleicht nichts gekommen. Oder schon irgendwie... Ja, ja, ich war sowieso ein bisschen bei der Auswahl sehr, sehr in Angst sozusagen. Denn verpflichtet habe ich... Was wäre so dein zweiter Guest gewesen? Andrew wäre mein zweiter Pickel gewesen. Okay, dann ist es auf jeden Fall nicht der, den ich geholt habe. Mats Hermansen ist meine neue Nummer 1. Ich habe Dalai eingetauscht. Ne, Kalai heißt er. Diego Kalai. Ich mache Dalai daraus. Nice. Habe ihn eingetauscht. Geld umdrauf bezahlt. Hat zwar keinen auslaufenden Vertrag oder so, aber... Ich habe auch lange gebraut. Eigentlich wollte ich Luni ihn holen, aber... Ja, egal. Real sind halt geldgeile Säcke, soll ich sagen. Und der hat jetzt was für ein Gesamtrating bei dir gerade? Luni hat eine 79 und Hermansen hat eine 78. Ah, Hermansen. Okay. Das ist doch der von... Wo kommt er wieder her? Keine Ahnung, Digga. Irgendwo aus der Premier League oder? Ja, ich spiele bei Leicester. Bei Leicester spielte er und davor irgendwo in Skandinavien halt gewesen. Okay, ja genau, richtig. Oh, jetzt geht mein Timer wieder. Perfekt. Ja, also da seht ihr, wie früh Dennis tatsächlich fertig war. Ja, wir kommen zu meinem ersten und einzigen Pick letztes Jahr. Ich glaube, nee, wobei, du hattest einmal einen Sechser von mir getroffen. Das war Voss. Ja, genau, Voss. Ich glaube, der einzige Spieler. Genau, ja, das stimmt. Habe ich sogar kommentiert. Ja, und mit Voss fange ich jetzt diese Fünfer-Auswahl an. Der hat eine 74, ist mittlerweile bei C.D. Mirandes gewesen oder vielleicht ist er noch immer dort. Ist also der, ja, schwächste Spieler in der Auswahl. Zusammen mit Danley, Jean-Jacques vom FC Metz. Der Junge kommt aus dem Haiti. Habe ich so zuvor noch nie gesehen. Es kommt dann Spieler mit André Santos. Der ist in der Realität ausgeliehen an Nottingham, ursprünglich Chelsea. Dann haben wir ja Markus Domenic, der ist vom Vorjahr noch übrig. Und wir haben auch noch Hayden Hackney. Auch der war im Vorjahr bereits bei mir in der Fünfer-Auswahl. Ey, ganz ehrlich, weil du das mit der vom letzten Jahr noch übrig erwähnt hast, gehe ich auf Domenic. Weil du meinst ja dein Transfer auch ein bisschen Haare rausreißen. Und vielleicht hast du dann einfach den geholt, der auf der Liste war. Also Haare rausreißend, ja, safe. Ich habe so lange suchen müssen, bis überhaupt eine Auswahl zustande kam, wo ich sage, damit bin ich selber zufrieden. Und irgendwie bin ich es dann unterm Strich doch nicht. Ja, denn er hat nur eine 74, es ist Stanley, Jean, Jacques, ist schon 25 Jahre alt. Hat mich trotzdem 8,6 Millionen gekostet. Also schon 25, ist maximal übertrieben. Aber ihr wisst ja, wie ich es meine. Potenzial von einer 81, schöpft er das noch aus, dann bin ich absolut zufrieden. Aber ja, Transferbudget ist nichts mehr da. Das ist der eine Transfer. Wir dürfen alle behalten. Ich meine einen, du deine fünf. Und dann würde ich sagen, springen wir ans Ende der Saison. Und ich würde mal behaupten, wenn es einigermaßen gut läuft, könnten wir vielleicht sogar einen Durchmarsch in die Bundesliga schaffen. Das ist der Plan, mein Freund. Let's go. Alle guten Dinge sind drei und zwei weitere kommen noch mit dazu. Wir sind am Ende der dritten Spielzeit und ihr seht, die frohe Botschaft bei mir. Und ich habe gerade auch schon mal so ein bisschen mit Dennis gesprochen. Ich glaube, bei dir sieht es ähnlich aus. Der Aufstieg fix, ja oder nein? Der direkte, erneute Wiederaufstieg von der dritten Liga. Wir machen also Union, äh, Union Berlin sag ich schon. Arminia Bielefeld in Reverse. Jetzt, ne, zwei Jahre, zwei Aufstiege. Aber in die positive Richtung nach oben. Von der dritten in die zweite. Und jetzt also auch als Meister wieder mal von der zweiten in die Bundesliga. 72 Punkte auf dem Konto. 63 Tore. 29 Gegentore. Ist in Ordnung. Okay, also Tore habe ich zwar zwei mehr. Dafür habe ich aber auch zwölf Gegentore mehr. Hab vier Punkte weniger. Bin aber trotzdem auch Meister. Bedeutet für beide von uns 20 Punkte. Also sind wir Back-to-Back-Meister, oder? Wir waren auch beide in der dritten Liga Meister. Ja, ein Punkt vor Hertha. Drei vor Bochum. Und dann gut sieben vor Hamburg auf Platz vier. Heißt also, da gibt es auf jeden Fall ordentlich Punkte für uns. Im Pokal Runde eins weitergekommen gegen Lautern. Um dann daheim gegen Preußen Münster zu verlieren. Ich bin in Runde drei gegen Hoffenheim geflogen. Nachdem ich zuvor die Hertha und Unterharing geschlagen habe. Okay, heißt zwei Punkte für dich. Für mich gibt es nur einen. Trainer des Monatspreises muss es mindestens einen geben. Denn nach dem allerersten Monat habe ich diesen bekommen. Und wie soll es auch anders sein? Es war der Einzige. Gehe ich aber mit. Ich habe auch eine Eins. Okay, also es bleibt weiter das Kopf-an-Kopf-Rennen. Trotzdem noch mit einem Punkt Vorsprung. Aufgrund natürlich Pokal jetzt von dir hier. Wir schauen ganz kurz in die Statistik. Hillakiller, bei mir noch immer hinten drin, hat fünfmal die Null gehalten. Okay, vielleicht ist jetzt der Zeitpunkt, um Hillakiller mal zu ersetzen. Was hat er für ein Rating? 74. 74. Okay, Hermansen hat eine 81 und hat elf Spiele zu Null. Okay, der Punkt geht völlig zu Recht an dich. Oh mein Gott. Okay, ich sehe hier gerade, Nico Pass hat plus sieben im Gesamtrating in einer Saison. Ja, sieben ist das passende Stichwort. Das ist auch die Anzahl seiner Vorlagen. Ja, klar, Digga. Woher kommt, Digga? Wie kann man mit sieben Vorlagen plus sieben im Rating haben? Ich habe Meili mit neun elf plus vier. Oh mein Gott, Digga. Aber Meili ist bei mir auch einmal so schlecht hochgegangen in der STG. Die, glaube ich, bei dir hatte ich den. Ja, kann gut sein. Das ist doch der von Ding, oder? Von Newcastle. Ja, aber wenn ich mir die Werte auch angucke, dann verstehe ich es auch irgendwo. Digga, ich sehe den auch nirgendwo. Der ist kein richtiger ZM, kein richtiger ZOM, kein richtiger ZDM. Wer aber ein richtiger Stürmer ist, das ist Gruder. Deswegen hat der Bruder auch dieses Jahr 28 Tore gemacht. Ja, es ist so schlecht. Ich habe 22. Mein Gott. Ich habe in den Statistiken gefühlt echt keine Chance. Aber, naja, das sind jetzt die paar Punkte Vorsprung für dich. Ich zähle mal ganz kurz zusammen. 26 Punkte sind es bei dir jetzt in diesem Jahr. Müssten also insgesamt 69 sein. Und wenn ich mich nicht verzählt habe, müsste ich eigentlich dann insgesamt drei weniger haben, oder? Ne, vier weniger müsste ich haben. Also das heißt, ja, genau, habe ich richtig gerechnet. Ich bin dann bei 65. Also es steht 69 zu 65 für dich plus vier. Wir spielen aber in der Bundesliga und haben da hoffentlich jetzt mal ein bisschen mehr Geld zur Verfügung. Denn ich brauche, das steht fest, definitiv einen neuen Torhüter. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass es das dann auch schon war. Egal, wir gucken einfach mal und springen doch. Dennis, wenn du dafür mit dabei bist. Ne, ich bin schon sprungbereit. Ich bin schon am rumlaufen hier die ganze Zeit. Achso, okay. Warte nur noch auf den Absprung. Let's go. Absprung, Saison Nummer vier. Hier sind wir dann also angekommen. Saison Nummer vier. Vorletzte Spielzeit. Wir starten rein in 3, 2, 1. Let's go. Der Timer läuft. Und ich habe gerade auch schon mal kurz mit Dennis gequatscht. Er ist nämlich immer ein bisschen schneller in der Simulation, weil er wahrscheinlich den besseren PC hat. Er hat 30 Millionen und genau die habe ich auch. Und die werde ich investieren für den neuen Torhüter. Wir müssen schauen. Vielleicht profitieren wir von dem auslaufenden Spielervertrag. Ansonsten setzen wir einfach voll weiter auf unsere Mannschaft. Ihr habt die ja im Vorjahr gesehen. Die ist ja abartig krass. Die ist ja so gut. Viele jetzt auch mit der Nationalmannschaft unterwegs. Wir brauchen neue Torhüter. Gut, im nächsten Jahr schon. Schakee. Vielleicht könnte man den dann auch schon wieder ersetzen. Einfach gucken, dass man irgendwie die 80 plus im Kollektiv erreicht. Und dann habe ich da keine Bedenken, dass man vielleicht jetzt auch schon die Qualifikation für Europa im nächsten und zugleich letzten Jahr klar machen kann. Okay Leute, zurück in der Bundesliga mit 1860. Die Zeit beginnt in 3, 2, 1. Let's go. Und mal gucken, was wir machen können. Mit 30 Millionen Euro Budget. Das ist sehr, sehr gutes Geld. Ich glaube, dieses Jahr verkaufen will ich, um ehrlich zu sein, niemanden. Ich würde also vielleicht doch schon Mbamba und Miley vielleicht auch. Also Mittelfeldzentrum würde ich gerne was machen. Ansonsten gefällt mir der Rest und der bleibt auch so, wie er ist. Verkauft haben wir Mbamba nicht. Dafür eingetauscht für unsere neuen Sechser hier in dieser vierten Saison. Und da verpflichten wir von Sheffield United, Benicius, Sosa 81er Gesamtstärke genau das, was wir brauchen, wenn man bedenkt, Mbamba davor hatte eine 72. Okay, ganz spezieller Move. Wir gehen jetzt erstmal rein in die Verhandlungen mit Galatasaray. Es geht dabei um Marquine Bulka. Der hat einen auslaufenden Spielervertrag. Ich erhoffe mir jetzt hier eigentlich ein absolutes Schnäppchen, sodass man den dann wiederum später eintauschen kann für Alex Merit. Der ist zwar schon 29, aber hat drei Ratingpunkte mehr als hier Bulka. Ja, erster Versuch funktioniert nicht. Und der zweite Versuch ist auch direkt hinfällig, denn die haben mittlerweile seinen auslaufenden Spielervertrag verlängert. Ja, Mann, wie bitter ist das bitte? Ja gut, okay, dann müssen wir uns was anderes einfallen lassen. Ah, es ist echt blöd. Gut, dann wird es vielleicht hier echt Jevant Juff. Den hatte ich so absolut gar nicht auf dem Schirm, aber wieso nicht mal irgendwas Außergewöhnliches? Ist zwar unscheinbar, weil ich glaube, für Dennis und auch für mich wäre das der einzig, ich sag mal, unbekannte in Anführungszeichen. Und vielleicht dann auch ein Grund, den hier zu nehmen. Aber egal, wir probieren das einfach mal. Auch das müssen wir leider ablehnen. Es funktioniert nicht. Wir können leider nicht so große Schritte gehen. Ich denke, 80er Gesamtrating und vielleicht mal Profit von einem auslaufenden Vertrag wird die einzige Möglichkeit sein. Perea ist verkauft und das Geld reicht gerade so aus für einen letzten Transfer. Fabian Rieder wird unser neuer Zehner, auch ein richtiger Zehner. Genau das, was ich eben brauche. 82er Gesamtstärke, 24 Jahre alt von Stadrennen. Unser letzter Transfer in diesem Sommer. Die Mannschaft ist ready für die Bundesliga. Es hat ja vieles nicht funktioniert. Ich war mit Luis Junior noch in Verhandlungen. Der war dann allerdings auch wahrscheinlich zu schwach. Und ich wollte schon ein gewisses Rating verbruggeln. Und natürlich auch, wie heißt der andere wieder? Martin Van de Forte, genau. Die sind einfach auch nicht, ja, finanziell in dem Raster, wo es für uns möglich war. Ihr habt alles gesehen. Ich bin echt ausgeflippt. Das hier ist auch erst im zweiten Anlauf mit Bryce Samba vom Erzellan. Ja gut, der ist 32, hat aber eine 84. Ja, unterschreibt für drei Jahre. Er muss nur noch zwei Jahre bei uns bleiben. Ich hoffe, er verschlechtert sich nicht so krass und bleibt so minimal. Mal, ja, mal so auf einer 82, 83. Der einzige Neuzugang. Und Dennis hat schon geschrieben, er ist fertig. Wir treffen uns wieder mit ihm. Saison Nummer vier, recht unspektakulär. Ich habe mit Dennis schon geschrieben, zwei Transfers bei ihm, einer bei mir. Bedeutet, es gibt nur eine einzige Fünfer-Auswahl. Und ich bin wieder dran, glaube ich, gell? Genau. Okay, also es geht jetzt darum, ich habe ihn nicht verkauft. Hiller ist noch immer mein zweiter Torhüter. Er könnte wieder der Erste werden, wenn Dennis jetzt mal Torhüter snipet. Ich hoffe natürlich nicht. So, Auswahl gibt es für dich. Einmal, Jevan Jouf ist ein Franzose. Hier bei Sassuolo, ich weiß nicht, ob er da auch ursprünglich herkommt, 81er Gesamtrating. Wir haben dann Alex Meret, hat eine 84. Genauso, 84 hat Bryce Samba, ist zugleich dann aber auch der älteste Spieler auf dieser Auswahlliste. Wir haben Markeen Bulka, auslaufender Vertrag, war zumindest mal da. Und wir hatten noch Mats Hermansen, mittlerweile hier zu Real Valladolid gewechselt. Und vielleicht ja jetzt auch bei mir. Auf Basis meiner Erfahrungen gehe ich auf Bulka. Oh, let's go. Let's go. Was habe ich für ein Glück? Ey, ich habe es sogar kommentiert. Nee, es ist tatsächlich Samba geworden, weil ich ausgeflippt bin hier. Ich war bei Bulka und Galataserei in der Transferverhandlung. Ich habe da eigentlich ein ganz gutes Angebot gemacht. Ich wollte den nämlich holen und dann im Tauschstil mit einem besseren, weil er der Einzige war mit einem Auslaufenden. Ich gehe eine Woche später rein, nachdem es nicht funktioniert hat und die haben den Vertrag mit dem verlängert. Und dann war es nicht mehr möglich. Sonst hätte ich den Save nochmal geholt. Ei, ei, ei. Let's go. Samba ist es geworden. Dann darf Samba bleiben. Und ich komme zu meiner Position, zu meiner von, einer von zweien wollte ich sagen. Gesaved wird in dem Fall Vinicius Sousa oder Sousa, wie auch immer, mein neuer Sechser von Brentford. Und ich habe verpflichtet noch einen neuen Zehner, denn ich habe Perea verkauft. Und ja, mir da ein sehr, sehr gutes Talent oder auch schon ein bisschen so gestandenere, 25, 26 Jahre alt. Wir haben auf dem Zettel einmal Brandon Aronson, zurück von seiner Leie, natürlich jetzt wieder bei Leeds, alle auch mit auslaufendem Vertrag. Wir haben ebenfalls aus der Premier League von Brentford dann Mikkel Damsgaard als Zehner, den Dänen. Dann haben wir Oskar Glock, Oskar Glock von Red Bull Salzburg mit einer 81er Gesamtstärke. Wir haben Rida von Stadrennen und zu guter Letzt Bilal Elkanus. Elkanus, richtig stark. Ja, der Gluck, oder wie man den ausspricht, ist der Israeli, oder? Genau, richtig. Ja, ich tendiere zwischen den zwei Boys, also Elkanus oder Gluck. Und ich würde nicht wieder mit der Goldenen Mitte gehen, wie ich das schon mal gemacht habe, sondern würde mit Elkanus gehen. Okay, dann darf ich Fabian Rida tatsächlich behalten. Er ist eigentlich so wenigstens wie die Goldene Mitte, mit Alter auch, weil die Jüngsten sind 21, 22, die Ältesten 26 und er ist 24. 82er Gesamtstärke, ist völlig in Ordnung. Ja, mein neuer Zehner und vor allem auch ein richtiger Zehner. Im Perea davor war ja eigentlich mein Flügel, der irgendwie als Zehner spielen musste, weil keine andere Möglichkeit. Ja, gut. Also Fabian Rida, für dich die Goldene Mitte. Also klar, bei mir war natürlich Goldene Mitte auf die dritte Auswahl in der Fünfer dann gezogen. Aber wenn es für dich auch eine Goldene Mitte ist, dann gehen wir doch einfach direkt rein. Ende der vierten Saison. Wir sind zweimal in Folge aufgestiegen. Stehen beide in der Bundesliga. Und wer weiß, vielleicht beide auch am Ende der Saison unter den ersten sechs, slash sieben, sodass es vielleicht nach Europa geht. Hier sind wir angekommen, Zwischenstand, 69 Punkte bei Dennis, 65 bei mir. 69 und auch 65 hätte ich super gerne auch in der Tabelle. Ich habe leider zu oft verloren. Ja, es ist trotzdem hoffentlich Europa. Ja, normalerweise müsste das gereicht haben. Es ist Platz sieben. Ich habe gleich viele Punkte wie auch Leverkusen, die aber halt auf Platz sechs sind und damit knapp vor mir. Es könnte, wenn überhaupt, die Conference League werden. Bedeutet also, für mich gibt es hier in der Einsicht elf Punkte. Wie viele gibt es für dich? Wie viele Punkte hast du auf Konto? 59. 59. Okay, damit wärst du auf demselben Platz wie bei mir. Nämlich einer besser als bei dir. Platz sechs. 57 Punkte auf dem Konto. Ich reg mich gerade so dermaßen auf, weil nach 16 Spieltagen war 1860 bei mir Erster. Was? Ja. Oha. Und dann kam die Rückrunde. Ich hatte es ja auch erwähnt bei der Simulation. Ich gucke mal kurz rein. Januar, ja, gegen Bayern verloren, gegen Gladbach verloren, gegen Hoffenheim verloren. Dann zwei Siege im Pokal unter anderem. Dann gegen Leipzig verloren, gegen Wolfsburg verloren. Dann habe ich auch gegen Hannover und Köln verloren. Also, besser ging es nicht. Wenn man wenigstens diese Niederlagen gegen Hannover und Köln da wegnimmt. Ja, belastend, Alter. Belastend. Ob diese sechs Punkte mehr gebracht hätten. Ich gucke mal kurz nach. Ja, wir wären dran gewesen. An Platz vier. Wolfsburg hat 63 Punkte. Aber es ist in Ordnung. Es ist okay. Als Aufsteiger Platz sechs nimmt man mit. Genauso wie den DFB-Pokalsieg. Den nimmt man auch mit. Also, es wäre eigentlich übelst das geile Jahr gewesen mit wenigstens Champions League und Pokal daneben. So ist es halt auf jeden Fall Platz sechs. Dadurch schon mal, glaube ich, safe die Europa League und durch den Pokal, ja, so oder so. Im Finale, aber auch im Elfmeterschießen gegen Kryptonit schlechthin Union Berlin gewonnen. Okay, ja, also, da hast du mir einen Schritt voraus. Ich war im Finale, habe das aber leider gegen Dortmund 3 zu 2 verloren. Heißt, für dich gibt es sechs Punkte, für mich gibt es vier. Und du baust deine Führung ein bisschen aus. Das ist irgendwie bitter, wenn man bedenkt, dass es eigentlich schon, ja, richtig eng war. Und, ach, keine Ahnung, jetzt maximal unglücklich. Für dich wartet die Europa League, für mich nur die Conference League. Ja, gut. Trainer des Monatspreises, steht da bei dir was? Ich schaue mal rein. Könnte vielleicht aus der Hinrunde sein. Wenn überhaupt, ja, ein Stück. Okay. Dann gehen wir da im Gleichschritt. Und jetzt erhoffe ich mir eigentlich gefühlt dreimal den Gewinn in der Statistik. Denn ansonsten, ja, war es das. Und selbst dann habe ich tatsächlich auch noch immer vier Punkte Rückstand ohne Gegentor. Hermannsen hat sieben. Okay, der Punkt geht an mich. Let's go. Das haben wir hat zehn. Okay. Vorlang habe ich elf. Ja gut, der geht an dich. Da habe ich nur acht. Das ist nicht ganz so gut. Und Top-Tor-Schütze wirst du dir ja schon denken können. Das ist Gruda. Aber nicht mit 27, sondern nur mit 17. Ah, okay. Dann geht der Punkt an mich. Paris Brunner, 22. Er hat sich zu doll aufgeteilt. Vidovic, 12. Rieder, dann noch elf. Elf Tore, elf Vorlagen übrigens auch ganz stark. Ja, ist in Ordnung. Okay, dann lasse ich mal ganz kurz hier durchrechnen. Müssten 20 Punkte von dir sein in der Saison. Es müssten insgesamt 18 von mir sein. Heißt, bei dir stehen 89 auf dem Konto. Bei mir stehen 83 auf dem Konto. Ja, von vier Punkten Rückstand ist es jetzt sechs Punkte. Oder sind es jetzt sechs Punkte geworden? Die kann man vielleicht noch aufholen mit Meisterschaft. Kann man definitiv noch aufholen. Mit Pokalsieg. Aber es ist halt so, wenn es bei dir in der Europa League weit geht, was ich nicht hoffe, dann ist es vielleicht auch schon ein K.O.-Kriterium. Aber egal, lassen wir uns überraschen. Für dich Europa League, für mich Conference League. Ja, doch. Stimmt, das ist übrigens auch die Auflösung. Dortmund war schon Dritter und die waren ja bei mir im DFB-Pokalfinale. Heißt Conference League und heißt, wir sehen uns im nächsten Jahr zu einer letzten Sommer-Transferphase. Das ist unsere Mannschaft. Ja, die ist okay. Aber wir brauchen einen neuen Sechser. Und Kevin ist ja auch nicht der Beste. Wir haben 31 Millionen. Ey, das sind einfach 22 Millionen weniger als das, was Dennis hat. Ja, Tauschtil auf der Sechser-Position. Und das ist ja schon mit Risiko behaftet. Wobei die Mannschaft drumherum schon echt richtig geil aussieht. Aber das ist schon echt bitter. Okay, Leute, das allerletztes Mal für dieses Video. 20 Minuten Zeit in der Sommer-Transferphase. 3, 2, 1. Let's go. Wir haben ein Budget von 53 Millionen. Ein ordentliches Upgrade, fast 100%. Letztes Jahr waren es ja 30. Dieses Jahr eben fast 60. Natürlich fehlt ein bisschen was. Aber es ist völlig in Ordnung. Damit können wir jetzt also nochmal reingehen in die Transfers. Und vor allem will ich die Verteidigung verstärken. Vielleicht auch Greilinger weg. Denn, ja, er hat halt nur eine 76. Und die Liebe zu den Anfangsspielern, die muss jetzt auch aufhören im letzten Jahr. Denn wir wollen das Ding natürlich gewinnen, Freunde. Unfassbarer Deal. Keine Ahnung. Danly, Sean, Jacques Hess bringt 48 Millionen. 32,5 dafür nur auf unser Konto. Gut, das ist halt eben oftmals der Nachteil, wenn man mit so Weiterverkaufsgebühren handelt. 64 Millionen, neuer Sechser. Ab geht die Reise. Oder erstmal die Suche. Und dann mit dem Neuzugang hoffentlich eine Reise. Vielleicht sogar bis zum möglichen Titel gewinnen. Suche nach dem Rechtsverteidiger ist abgeschlossen. Es wird ein Liga-Interner-Transfer. Arthur kommt, startet die Karriere mit einer 69. Hat aber mittlerweile eine 79er-Gesamtstärke. Kommt von Leverkusen. Wirkt irgendwie so wie der langfristige Ersatz für Frimpong von seinen Positionen. Auch Rechtsaußenverteidiger, Rechtsmittelfeld, so ein Schienenspieler wie Frimpong es ja auch ist. Mal gucken, ob ich Recht behalte und in den nächsten Jahren Frimpong verkauft wird. Und sein Nachfolger direkt von Leverkusen selber kommt. Nämlich dieser Mann hier, Arthur. Es hat funktioniert. Ein einziger Neuzugang. Der hat nicht mal den auslaufenden Vertrag. Aber Bubaka Kamara spielt eben in der Premier League. Und wir hatten Glück, dass Aston Villa sehr kooperativ bereit war. Ja, das muss man ganz einfach sagen. 50,5 Millionen Mark wert. Wir überweisen gerade mal 52 hier. Das ist absolut nichts. Das ist voll in Ordnung. Minimal über dem eigentlichen Mark wert. 27 Jahre, 85er-Gesamtrating. Eine deutliche Steigerung. Fakt ist aber auch, wenn Dennis auf ihn kommt in der 5er-Auswahl, ist er weg. Und wir haben auch keinen frei mehr. Der hatte einen auslaufenden Vertrag. Dann muss halt irgendwie improvisiert werden. Tauschen wir also Logan Costa direkt ein, um einen Verteidiger von ManCity zu holen. Aber nicht von Anfang von ManCity. Vinovic trifft nämlich auf einen alten Kollegen. Es kommt Pavard von Manchester City, wo er mittlerweile hingewechselt ist. 84er-Gesamtstärke, zwar 31 Jahre alt. Es ist aber egal, Leute. Letztes Jahr. Let's go. Hier sind wir. Ein allerletztes Mal. Denn ich denke, im Winter wird nichts passieren. Ich hätte auch gar kein Geld mehr dafür. Bei mir ein Neuzugang. Bei Dennis 3 bedeutet, es gibt nur eine Snipe-Phase. Logischerweise. Jetzt ist es so ungerade. Kann es sein, dass du die letzten drei Jahre immer einen Transfer gedetigt hast? Ich habe... Lass mich mal... Wen hatte ich denn letztes Jahr... Ich bin letztes Jahr mal Samba. Ja. Davor... Davor weiß ich schon gar nicht mehr. Nee, davor ist es, glaube ich, drei oder so gewesen. Ja. Ich habe es am Anfang... Ich habe mir das Gefühl, meine, es ist das dritte Jahr in Folge immer eine Snipe-Phase. Ich wüsste gar nicht. Also ich weiß, war die Transfer-Phase da... Nee, stimmt. Du hast recht. Davor war der schon irgendwas. Der Sexer da. Ja, aber es gibt keine anderen Möglichkeiten. Und ihr seht später auch, wenn wir die Mannschaften vergleichen, ich habe gar keinen Bedarf, andere zu verkaufen. Weil die sind wirklich echt stabil. Ich erwarte schon einiges jetzt auch in der Saison. Und erwarte auch, dass ich meinen Spieler hoffentlich behalten darf. Aber, Dennis, ungerade Zahlen, Saison 5. Du müsstest wieder dran sein. Ich bin wieder am Start. Genau. Innenverteidiger-Position. Erstmal am Start bleiben dürfen Arthur von Bayern für Leverkusen und Pavard, der mittlerweile bei City am Start war. Und ich habe aber noch einen weiteren Innenverteidiger verpflichtet. Ein bisschen jünger und talentierter noch. Da haben wir zur Auswahl einmal Castello Lukeva, mittlerweile ja bei RB Leipzig. Wir haben Willian Paco, den Ersatz für Endika von Eintracht Frankfurt. Wir haben unseren Bré, Singo natürlich am Start von der AS Monaco. Wir haben Jurien Timba vom FC Arsenal und Josep Giutalo von Ajax. Okay, ich würde zwischen den ersten zwei tendieren. Also Lukeva oder Paco? Ja, weil irgendwie Giutalo weiß ich nicht. Wobei, der ist auch schon mal bei mir durch die Decke gegangen. Aber sonst ist es irgendwie so ein typischer Spieler, der sich nicht so krass verbessert. Paco hatte ich von vornherein eigentlich als mein Favourite. Ja, komm, ich gehe mit Paco, logge ich ein. Okay, dann darf ich Jurien Timba tatsächlich behalten. Also das war schon relativ schnell klar. Ich darf den besten Spieler der Auswahl mit nach 85 auch behalten. Paco sogar der schlechteste mit nach 82. Aber das ist ja immer unterschiedlich. Er spielt auch nicht mehr bei Frankfurt. Das war ja auch gerade mal wieder ein absoluter Kampf. Da die richtigen Vereine mal wieder zu benennen. Ja, definitiv. Aber ja, gut, im Endeffekt muss man festhalten, ich habe es nicht geschafft, in fünf Saisons auch nur einen einzigen Spieler von dir zu snipen. Okay, bei mir ist die Quote natürlich deutlich besser mit einem. Ja, genau. Das war der Voss und ich glaube, das war der zweite Snipe überhaupt noch direkt in Saison Nummer 1. Ich hoffe, es bleibt bei Voss. Es geht auf seine Position. Ja, ich habe einen neuen Sechser verpflichtet. Ich habe nämlich den schon wie auch immer für gutes Geld verkauft. Und sein Ersatz ist entweder Florentino, entweder Ruben Neves, Manuel Locatelli, der Manuel Ugarte und Bubaka Camara. Boah, die nehmen sich ja alle wirklich gar nichts. Aber ich gehe mit... Ruben Neves war eigentlich mein erster Gedanke. Aber ich glaube, ja doch, ich gehe mit Ruben Neves. Was wäre dann ein anderer Pick gewesen? Ich hätte ansonsten, wäre so ein Gedanke, Locatelli hattest du ja genannt, ne? Ja. Ja, Locatelli würde ich dann sonst nehmen. Okay, gut. Dann war ich da tatsächlich ein gutes Stück außen vor mit Bubaka Camara, der mit einer 85 auch richtig gut dasteht. Die wollten auch nur minimal mehr als der eigentliche Marktwert. Das ist so der Vorteil immer von den englischen Klubs. Also nicht immer, aber oftmals. Mannschaft ist okay. Samba hat sich sogar trotz 33 Jahren auch nochmal plus eins verbessert. Ist okay. Ja, also was heißt okay? Es ist eine geile Truppe. Ich bin sehr gespannt, was jetzt geht am Ende der Saison. Dann heißt es, wir sind am Ende dieses Shoutouts angekommen. Wobei, vorher muss man natürlich noch Punkte zählen. Hier sind wir. Punkte zählen. Ein allerletztes Mal. Es steht 89 zu 83 zugunsten von Dennis. Sechs Punkte Vorsprung. Die ersten Punkte gibt es in der Liga. Ich kann schon mal festhalten, ich bin weder Meister noch Vizemeister. Okay. Dann aber bin ich da auf Platz 3 mit dem TSV 1860. Mit wie vielen Punkten würde mich jetzt mal interessieren? Ich habe 71. Witzig. Das ist so witzig, Alter. Es ist wirklich komplett witzig, Bro. Weil, halte ich fest, halte ich mal wirklich fest irgendwo am Tisch, Bruder. Ja, ja, ja. Wie viele Punkte hat der vierte bei dir? 66. So, Bruder. Dann rechne mal minus 8. Du hast meine Punktzahl, aber der Tabellenplatz ist genau derselbe. Wie viele Punkte? Welcher Platz hat bei dir 58 Punkte? Also knapp darunter wäre da, also Leverkusen hat 59 auf Platz 5. Okay. Ja, gut, aber ich bin auf jeden Fall mit 58 Punkten Vierter. Also wirklich, das habe ich noch nie in meinem Leben gesehen, dass man mit so wenig Punkten... Ja, ich bin Vierter. Ja, also theoretisch, wenn ich die letzten drei Spiele verloren hätte, hätte ich auch Zehnter sein können. Also absolut knapp vom Vierten bis zum Zehnten exakt sechs Punkte Abstand. Ja, okay. Die Bayern haben acht Punkte Vorsprung, sind auf Platz 1 und ein Punkt vor mir ist leider Dortmund. Also ein Sieg mehr und ich wäre Vizemeister geworden. So ist es halt eben, Platz 3. Aber ja, ist es jetzt halt so. Also es ist jetzt auch weniger schlimm. Bedeutet, es bleiben... Ne, halt, es bleiben nicht die sechs Punkte Differenz, sondern ich verkürze auf fünf. Letztes Jahr war ich im Pokalfinale gegen Dortmund. Habe ich verloren. Dieses Jahr war ich im Pokalfinale gegen Dortmund und die Revanche ist geglückt, Junge. Wichtig. Das ist schlecht, denn ich war im Halbfinale und habe gegen Leipzig verloren. Oh, drei Punkte für dich? Sechs für mich. Aber gut, du warst in der Europa League. Ich weiß halt nicht. Ja. Sag mal erst, wie es gelaufen ist. Naja, das mag ich jetzt nicht, dass ich anfangen soll damit. Halbfinale, Monaco. Also es heißt, es gibt für dich zwei, vier, sechs Punkte. Exakt. Für mich gibt es eins, zwei, drei, vier, auch sechs Punkte, weil ich habe das Ding gewonnen. Okay. Aber ist ja klar, also nicht, dass ihr euch jetzt wundert, also man bekommt logischerweise Champions League jede Runde drei, Europa League zwei, Conference League einen. Telefon open. Heißt, sechs Punkte für dich, sechs für mich. Zwei Punkte Abstand. Zwei müssen es sein, gell? Ja. Ja okay, ich habe es gerade akustisch nicht ganz verstanden. Aber, wo ich auch vorhin schon mal ganz kurz hier ein Urschrei raus gelassen habe. Ich habe eine überragende Saison gespielt. Ich habe einen Trainer des Monats bei. Ich will jetzt nicht sagen, aber ich habe zwei. Ja, also damit muss ich alle Statistiken gewinnen. Oh, jajaja. Das ist so realistisch wie, wobei ich habe mehr Punkte. Aber musst du die gewinnen für ein Unentschieden oder damit du gewinnst? Ja, ja, ich muss gewinnen für ein Unentschieden. Okay gut, das macht mich wenigstens ein bisschen glücklich. Hermansen hat 13 Spiele zu 0. Ah, ist das bodenlos. Ich habe 12. Dicker, jedes Jahr in den Statistiken fehlt irgendwie ein oder zwei Spiele. Das ist der Wahnsinn. Frau Lang, absolutes Trauerspiel bei mir, 7. Ja, das Bittere ist, die gehen an mich mit 13. Und ich glaube, die Tore, die müssen zu 100.000% an mich gehen. Ja, müssen die auch. Ich habe 2 mit 20. Also Rida 21, Vidovic noch davor 14 und Gruda hat 24. Okay, ich habe Paris Brunner mit 41. Boah, krass. Wie viele davon in der Liga? 26 in der Liga, 10 in der Conference League, 5 im Pokal. Krass. Das ist sehr, sehr wild. Das ist wirklich wild. Bei dir sind es 23, 25, 26 Punkte hier. Bei mir sind es 21, 27, 28, 30. Heißt also unterm Strich, es müssten, lass mich ganz kurz rechnen, 15, 115 bei dir sein. 30 bei mir sind 113. Also es sind 115 für Dennis, so 113 bei mir. Es ist brutal. Also ganz ehrlich, gehen die Spiele ohne Gegentor an mich? Es ist ein Unentschieden. Gibt es doch irgendwo anders die andere Möglichkeit, aber man muss auch dazu sagen, ich habe Pokal gewonnen, ich habe Conference League gewonnen. Ja gut, ein Pokal in der Liga. Meister geworden, Meister werden. Genau, also es ist eine enge Kiste. Trainer des Monatspreises natürlich auch ein bisschen bitter. Aber lass uns doch noch zum Ende die Teams sehr, sehr gerne vergleichen. Mit Herz. Weil ich muss ehrlich sagen, irgendwie ist es so komplett an mir vorbeigegangen, was so deine Spieler sind, was sie für ein Rating haben könnten und, und, und. Von daher umso interessanter. Im Tor habe ich Samba noch immer, trotz 34 Jahren, mit einer 85. Stark, ich habe Hermansen mit einer 84. Okay, auch stark. Vierer-Kette dann bei dir? Mhm. Okay, dann schieß gerne mal los. Okay, habe ich Linksverteidiger 82, Innenverteidiger 86, 85 und Arthur Rechtsverteidiger mit einer 84. Okay, ich habe Samba 83, dann Innenverteidiger 82, 85 und Dorgru, Linksverteidiger, einfach mit einer 92. Geisteskrank, ja. Also krank, wirklich. Okay, dann Dreier-Mittelfeld hast du auch? Ja, also zwei Sechser, ein Zehner würde ich dann machen. Genau, richtig. Habe ich auch. Zweimal 83, einmal 84. Okay, habe ich 86, 87, 88. Stark. Flügel habe ich 90, 88. Dann habe ich 89, 92. Kruder hat 92. Ja, krass. Brutal. Ja, ich würde aber sagen, bei mir auch auf Basis von Leistungen auf eine 88 gekommen. Bei dir eher auf Basis von LFRF-Training auf 92 gekommen, würde ich sagen. Ja, würde ich auch behaupten. Vorsichtig behaupten. Weil der Kruder hat bei dir ja schon extrem abgeliefert, auf jeden Fall. Definitiv, 88er Gesamtstärke von einem Sturm. Wer ist dein Stürmer? Paris Brunner. Paris Brunner, was hat der? 88. 88 auch, okay, stark. Ja, da sieht man, beide Stürmer eigentlich relativ ähnlich performt über die Jahre und ja, eben nur in Anführungszeichen auf einer 88er Gesamtstärke entwickelt, aber gut. Meine Bank sieht übrigens auch absolut wild aus, Digga. Wir haben Dreilinger und ansonsten nur absolute Idioten mit nicht mal 60er Gesamtstärken. Doch eine 60 ist dabei. Ja, was soll ich sagen, Alter? Im Großen und Ganzen, deine Mannschaft auch hier wieder sogar in gewissen Abschnitten deutlich besser. Ihr könnt ja mal gerne den Durchschnitt unserer beiden Mannschaften wieder mal an der Stelle kommentieren zum Abschluss. Und ja, warum tue ich gerade so, als wäre das mein Video? Chris, mach du mal das Ende hier. Ja, ich kann jetzt auf jeden Fall gleich in Richtung Outro gehen. Es hat unfassbar viel Spaß gemacht. Es war wieder eine richtig enge Kiste. Das ist so geil für uns und für euch auch, dass es einfach spannend bleibt bis zum Ende. Kommentiert sehr, sehr gerne mal dann auch hier die Gesamtdurchschnitte, was die Bewertung angeht in den jeweiligen Mannschaften. Könnte vielleicht mit leichten Vorteilen dann für mich sein. Nichtsdestotrotz richtig geil. Es hat unfassbar viel Spaß gemacht. Checkt das Video bei Dennis ab. Erster Link in der Videobeschreibung. Rutscht also gut ins neue Jahr. Euch ein frohes neues Jahr. Wenn es dann auch schon soweit ist. Vielleicht seht ihr das ganze Jahr schon in 2024. Dann hier. Ich wünsche euch alles Gute. Ein frohes Neues. Ich hoffe, ihr seid gut reingerutscht. Und wenn nicht, dann rutscht jetzt gerne noch super gerne gut rein. Und ja, in 2024 gibt es einiges für euch. Von uns kommt da auf jeden Fall Stuff ohne Ende. Und ihr könnt auch dazu gerne hier fleißig kommentieren, falls ihr irgendwelche Ideen habt. Lange Rede, kurzer Sinn. Dennis hat das Schlusswort. Haut rein. Macht's gut. Ciao, ciao. Ich habe mir irgendwas Verrücktes überlegt fürs Ende. Aber mir ist nichts eingefallen. Deswegen, haut rein.